guten morgen vom petersberg in rhein-hessen zum sonnenaufgang und ich führe euch mal hier durch den petersberg oder auf dem petersberg herum hier ist die alte krypta die ausgegraben hier war mal ursprünglich eine sehr große ich glaube egal eine basilika wenn ich es richtig weiß und das ganze ist ein geschütztes archäologisches denkmal und hier geht so und ja dann kann man natürlich auch über die landschaft schauen oder sich verheddern im gebüsch und das ganze mal von der anderen seite sehen da oben ist der eigentliche petersberg immerhin sagenhafte 246 meter hoch das ist für rhein-hessen einer der höchsten berge wir haben viele hügel ok und ich bin halt auf dem sunrise ran von selzen her an der selz entlang und dann in die weinberge ab und da unten ist das selztal hinten so in der ferne ist der taunus und da im osten wo sonst die sonne aloha